Immer wenn ich was gekocht hab, haben alle Leute gesagt, dass es Baba war. Ja, du hast noch nie für mich gekocht. Boah, wir müssen wirklich mal zusammen kochen was. No joke. In meiner Küche wär Baba. Boah. In deiner Küche wär auch Baba. Lass mal die aufm Klo kochen. Ja, Mann. Lass mal sowas machen, dass wir in deiner Toilettenschüssel eine Suppe machen. So ein Eintopf. Das ist ja sick. Ja, klar. Dann kannst du wieder in meine Unterwäsche rumwühlen. Mann, Bruder. Ich habe nicht in deine Unterwäsche rumgewühlt. Das ist doch auch nicht schlimm. Junge, was? Ja. Jetzt kommt das wieder. Bruder, ich habe mich in deiner Unterwäsche rumgewühlt. Bruder, ich war einfach leider auf Klo. Warum würdest du denn so rot machen, wenn du darüber redest? Oh mein Gott. Jetzt mal real talk, guck mal wie du dich aufregst gerade. Der Triffstum zum vierten Mal geschlagen. Es ist doch nicht schlimm, Bruder. Ich will auch mal ein Söckchen bei dir angucken. Ich war einfach lange cutten, Bro. Mann. Ich war da scheiße, Bruder. Basti wird auf einmal über Alexa irgendwie Scooter an, Digger. Ich sag zu viel über Alexa, stopp. Basti wird wieder an. Basti wird wieder an.